hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen box ein neues video und zwar haben wir diesmal die digital wir greifen wie immer zum messer und machen hier auf und hier aber ihr wisst ja wir wollen ja nicht gleich rein gucken und so deshalb werde ich diese box nehmen und sie wie immer einfach mich drehen und an die seite steht ja so jetzt seht ihr meine hände so dann gucken wir einfach mal das erste ding uns an das ist ein t-shirt okay ein t-shirt das ist normalerweise zum schluss machen kommt jetzt zum anfang so t-shirt so was haben wir sehr sehr geil der fluch der feststellt hast es ist richtig geil mann oh mann ist das geil naja gut ist schon mal aber dafür ist ja die get digital bekannt dass die t-shirts die da drin sind immer irgendwie echt der hammer sind finde ich echt der hammer so t-shirt gut was haben wir noch was haben wir noch wir haben hier kram 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 zwei sachen eine nehmen wir noch nicht das andere so das ist baustein klebeband bric tape ok baustein klebeband bric tape na gut das machen wir mal auf das sein könnte ok 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 ja wozu das jetzt unbedingt sein sollen könnte keine ahnung ok baustein klebeband bei der get digital merke ich immer die videos werden länger weil ich einfach mehr am grübeln bin was ich damit tun könnte oder wozu das einen so genannten sinn für mich hat aber gut vielleicht sollte man gar nicht so viel grübeln sondern einfach nur überlegen so dass das noch mit rausgefallen ist dass es teenage mutant ninja turtles ok serie 2 ja ich würde sagen wir gucken da mal rein ist jetzt nur mal eine doofe idee ok ok gut bastelware ja dann muss ich wohl mal basteln so was aber da wir haben einen korpus ok wir haben füße die kommen wahrscheinlich einer dahin so und der andere dahin was irgendwie überhaupt keinen sinn macht ja wer weiß was das sein soll ok so haben wir beinchen gut was haben wir noch aber wir haben einen ständer dafür ok damit das ninja tötelchen auch steht so dann haben wir den kopf von donatello hier ok ein stirnband naja ok gut was ist das ok das kann eine hand halten wofür auch immer drücken wir ihm das mal die hand so gut was ist das alles entdeckt sagt ok und das ist ok das wäre der gürtel gewesen weil ich vollpfosten habe das nicht richtig zusammengebaut also nochmal hier unten kurz ab so dann hat er hier irgendwie ein gürtel nach hinten ok nach hinten gut dann setzen wir das wieder zusammen der laihe im zusammenbauen ha 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 so ok keine ahnung wozu das gut sein soll aber gut jetzt wieder das hier drauf ich hoffe das ist gleich vorbei das ist der horror hier so steckchen kriegt er auch noch in die hand so dann haben wir den ninja tötel zusammengebaut super so sieht der aus gut ok kann man machen muss man aber nicht gut weiter was haben wir hier noch feines wir haben äh noch irgendwas oh man ja gut also wir haben hier drin das ist wieder diese 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 tüte die äh so mischmasch zeug drin hat wir haben ein bändchen bändchen so wir haben ein asiatisches äh oh chinanesisch keine ahnung keine ahnung keine ahnung gut und wir haben ein your geek stuff supply ah ok das ist eine mütze ja ok so super weiter so wir haben noch ein nein nein den baue ich jetzt nicht zusammen das ist wieder so ein ninja freak ne ne alter hier äh der da äh so ja hm so weiter was haben wir denn da noch feines was riesengroßes das ist das ist das ist das ist äh light side dark side hahaha das ist star wars geil 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 und zwar ein kischen ein kischen ein so n so n so n ha 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 hehehehe cool 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 ein kissen ich hab ein kiss ein kissen dark side und white side äh dark side naja da muss man immer überlegen was man da macht so nächstes das ist ach du scheiße ach du scheiße äh das darf ich meiner frau gar nicht erzählen das ist eine ente das ist eine Harley Quinn best duck ente darf ich ihr gar nicht sagen die sammelt so n scheiß die hat lauter enten im bad zu stehen auf regalen ich soll ihr sogar noch ein regal anbauen und dafür ist das ach du grün darf ich ihr gar nicht erzählen meine schwester sammelt die auch oh man so was haben wir noch oh man oh man oh man wow da 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 das ist ein warcraft buch the beginning hinter den kulissen der film oh ich hab den film hier ich liebe diesen film ich weiß er ist nicht jedermanns sache aber ich fand warcraft den film echt cool ich warte ja immer noch auf eine fortsetzung dass es da eigentlich mal weiter geht und so wow und man merkt auch gleich die qualität die ist der hammer boah was ist das boah die beginner hinter den kulissen hammer also die qualität von dem buch ist schon mal der krasse shit so wow inleicht boah ich geh kaputt das muss ich mir in ruhe nach eieieieiei boah also leute ganz ehrlich das ist krass oh das riecht richtig neu und richtig alte Socke ich geh kaputt so ja also ganz ehrlich ich bin schon ein bisschen hin und weg also diese box ist der hammer boah get digital leute die box die hat's krasser scheiße gut ich komm wieder runter so leute ich hoffe das video hat euch spaß gemacht ich hoffe ihr hattet richtig bock drauf ich ja ich bin auch immer noch voll weg also leute hammer box geile box super box ok wenn euch das video gefallen hat dann darum hoch und schreibt mir was in die kommentare wie ihr das fandet ich finde es nur krass gut wir sehen uns bis danni ciao ciao tsch floor tsch barely sich die S Untertitelung des ZDF für funk, 2017